So, hallo, wir sind heute in Altenburg von Jujutraff und ich habe hier den Ole, der hat sich sechs Duell-Power vorbestellt und jetzt folgt ein Opening. So, Ole, macht's dir? Hi, ich bin Ole, ich habe mir hier sechs Boxen, wir haben jetzt 20 Euro vorbestellt und richtig hyped, geile, geile Reprints. Hoffentlich treiben wir ein paar Mal ins. Na, mal hoffen. So, na dann, fangen wir mal an. So, Ole, wir haben mal die ganzen Boxen schon mal aufgemacht, die Booster auf einen Hof getragen, hier die Promos. Ole macht mal eine Promobox auf und die Rest ist dann alles gleich. Es gibt so geilere Dark Meditation Art World, aber der Neos ist richtig geil. Star Dust. Ja, der Star Dust sieht geil aus. Auch der Utopia. Stimmt. Dicotalker geht und der Pendelum geht auch, aber die drei eigentlich am geilsten. Ja, stimmt. Du musst den normalen Pendelum fachen für sich besser. Ja. Und in den anderen ist es halt immer dasselbe drin. Genau. So, Ole, dann leg mal los. Booster Nummer eins von 32. Schön, die erste Schwierigkeiten. Oh, hier heißt es drauf. Chaosform. Oh, Goldapparat. Nice. Und Silber. Cool. Und, naja, wahrscheinlich die beste Karte. Jetzt. Silber Marat. Nochmal der. Also, wir können dann ABC spielen. Oh, nice. Eine Bell. Kannst du sogar rauslegen. Großball. Jo, richtig gut. Hoffentlich zieh ich noch ein Zweier daran. Klar. Blazit ist dabei. Oh, das ist schon mal gut. Nächster. Nächster, bitte. Doppelt oder nichts. Nächster, bitte. Ewige Seele. Ja, nice. Kann ich bei Dark Magician spielen. Ich auch. Ja, ewige Seele. Warte, bitte nicht mindestens 10.000 Mal. Oh, oder. Oh, hier. Oh, der T3 hat nur Handraps. Ja. Oh, der ist geil. Ja. Und, okay. Was kann der? Beschwörst halt mit 5 Hexern. Ach, 5 Hexern. Easy halt, ne? Also, wenn er beschworen wird, kannst du halt alle Karten vom Gegner zerstören. Die kann halt auch nicht gekitschut werden. Okay. Und kann nicht durch Karten-Effekte zerstört werden. Und halt 4, 5 ADK. Ist fair. Ist fair, ja. In... Im Pendulum ist es fair. Ne, den wähle ich in... Probiere ich in... Mit Witchcraft zusammen dann in... Hier Altergeist zu spielen. Okay. Ist das irgendwie... Ja, ja. Du kannst dann ABC spielen, wie gesagt. Und... Das Lustige ist... Hä? Hatte ich vor uns nicht genau das Pack? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Es wurde schon gesagt, dass einige das gleiche ist. Geil. Ich nehme sie Bell mit. 2 Bells. Nice. Habe ich mir aus dem Original-Zeit ein Ultra angehört schon gehabt. Schön. Du hast jetzt ein bisschen Minus gemacht. Aber der ist schwierig zu beschweren. Alles klar. Schlangen ist ganz witzig. Kann man eigentlich einen Pandectum machen. Ich glaube, bis jetzt gehen die PULS. Guck mal es hin. Marge, das Chaos. Es wurden heute schon 3 Informations gezogen. Überquando. Ne? 2 Niklas. Und jetzt... Oder... Secret. Crystal Wing. Brauchte ich mir noch einen. Und was? Neun-schwänziger Fuchs. Naruto oder was? Naruto, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, nice. Ein Kurigo. Hey. Jo, der ist auch gut. Wie viele Chaos-Formen? Signal-Krieger. Und... Handwrap. Juhu. Ich hatte ja auch schon so viele Henry-Prints. Ja, das ist aber auch die mit Granate. Ne, eigentlich sehr gut. Hey, Donner-Brache. Ich weiß nicht. Spielt man den? Ne, das ist kacke. Dann hier Helden-Fusion. Bra. Mit Kugel-Models. Ja. Und... Die Karte auch schon wieder. Eigentlich... Eigentlich hätte ich gedacht erst, das wird ein Gold-Set. Steht auf der Liste. Und... Oh, Patchwork ist drin, ne? Mhm. Ach, das ist hier so... Links hinter Schraubendreher. Okay. Der ist gut. Oh ja. Der ist gut. Also... Gibt auch noch so ein Rechtsdrehen. Egal, genau. Genau. Hat der eine nicht den anderen gespeichert? Genau, genau. Calibar-Drache. Boah, geil. Seelen-Handle. El-Chadol-Construkt. Auch richtig geil. Link-Jünger. Und Holy Angel. Ja, der Ball-Rubster. Der Angel war jetzt auch ein Greenpoint. Ja, ja. Aber die hat er auch schon. Glaub ich einen. Ja. Das war diese neue Dogmagician-Karte. Redaktion wieder. Redaktion wieder. Link drüber. Chaos-Form. Die ist so oft da drin, Alter. Ja, Chaos-Form ist diese Utopia-Karte. Oder du hast hier auch nur ein neues Ritual für den Problem. Komm, noch eine Ghostbill, Ulle. Da hast du ein Play-Set. Card of the Mice. Oh, geil. Da wurden von 22 Boxen noch 3 gezogen. Richtig. Ja, okay. Ist eigentlich richtig schlecht. Ja, aber Card of the Mice ist gut. Card of the Mice ist gut, ja. Da brauche ich sowieso auch noch ein Play-Set. Also... Wo war jetzt der erste, oder? Ja. Das war der erste, ja. Aber die ist ja trotzdem jetzt billiger dadurch. Führst du wegen... Oh, nice. Sabok. Geht der was? Muss mal gucken. Ja. Nice. Ja, geil. Er hat ein Play-Set gezogen. Richtig geil. Aus 32 Booster und ein Play-Set-Coast-Pill zu ziehen, ist schon gut. Und ist noch einiges übrig? Und noch hier... Ah. Neckross. Schweiz. Ich wollte mein Neckross unbedingt spielen, aber jetzt irgendwie... Doppelheldenangriff. Sackdicher Wechsler. Oh, nice. Galaxiesoldat. Und ne Joby. Ja, gut. Aber die beiden sind Galaxiesoldat auch. Galaxiesoldat ist gut, ja. Das stimmt. Oh, der neue Apparat. Was hin? Kann tun. Vor allem der Name. Platin... Farbenapparat. Farbenapparat. Na, gold und super, ne? Das auch cool? Jo. Visionsfeld habe ich mir vor 5 Minuten herangeholt. Hahaha. Wärst du nicht erst mal warten können? Ne, aber in Dusa ist er sowieso geiler. Und noch. Das Oplus Ultra. Ja. Ja, parallel Ultras. Ja, parallel Ultras. Geil. Ja. In Dusa ist absolut das Geilste. Das ist auch geil. Boah, geil. Pitchwork. Boah, Elementarheit, Junge. Also eigentlich würdest du bei der Karte ausrasten müssen, ne? Ne. Tut ist nicht so geil. Wie darf das auch gar nicht? Ne, aber... Das ist eine gute Karte auf jeden Fall. Das ist übelst nice. Ja. Der dritte, vierte Kriste wegen, aber? Ja, der dritte. Noch in Saarburg. Nice. Schuhrett. Und... Eveny Match. Steve! Steve! Ja. Ein Eveny. Oh, nice. Fängt schon mal gut an. Nächster. Nächster bitte? Ja. Und rechts drin. Rechts drin, ne? Okay, sie haben auch einen Reprint. Ja. Schön, dass du das nach den 20. Booster siehst, oder ist das die erste Idee, die du gezogen hast? Ja, ja. Trickster. Sauber. So, haben wir hier einen Trickster-Spieler, der sich damit auskämpft? Der da. Ist sie gut? Ja. Ach, klar. Ach, klar. Ach, klar. Die ist gut. Ich meine, die sagt, der Effekt schadet. Ja, weil... Ja, weil... Neckfass. So, und das nächste Place ist Sherry. Da habe ich glaube ich schon fünf oder sechs Stück. Ja, Sherry, wir können auch sehen. Nee, Sherry in Secret sieht so echt geil aus. Wie warst du das jetzt hin? Oh nein, ich hab noch Eisen mit Haugen zu tun. Mhm. Oh nein. Neck. Geil. Da zielt er wirklich jeder Hintrap. Ne, als ich heute zu tun. Oh ne, Ash. Naja. Ash ist echt. Nehmen wir immer mit. Geht trotzdem fünf Euro, also... Security-Draffer. Doppel-Bice. Lustigweise geht es super. Der ist auch geil. Also wenn man das Tour spielt, ist der gut. Hast du noch Kogi? Ne, doch nicht. Ein und... Was, Kogibo? Fertual Kogibo? Nee, schade. Oh, nice, Junge. Der nix kriegt zu wenig. Die sich auch immer zusammen. Ja, ja, das ist übel. Und... Ebeni. Ebeni, geil. Ne, hab ich zwei jetzt. Zwei. Aber da wäre Playset auch übelst geil. Brauchst du selber, ne? Hm? Brauchst du selber? Ja. Ogre. Grinsenlös. Die nächste Kv. Am Ende muss ich mal erzählen wie viel ich davon hab. Und noch ein Teil. Ehm... Kann ich nicht einfach sein? Warte mal die Ogre, der kommt. Kommt mit dir rüber? Ja, aber da. Hab ich jetzt auch Playset, oder? Ne. Ogre? Ogre müsste ich Playset haben. Ne, Zweier. Zweier? Okay, gut. Nimm ich mit. Na da. Quistling. Und Fuchs. Sarburg. Und... Sarburg. Und... Sarburg. Sarburg Playset. Noch ein Sarburg. Ja, wohl hast du schon 3er. Ja. Geil. Na gut, du hast ja auch gar nicht gefühlt. Na gut, du hast ja auch gar nicht gefühlt. Ja, 6 Boxen. Ja, 6 Boxen. Utopia, okay. Super. Der ist gut, aber... Der ist auch gut, wenn Utopia Kaiser da ist. Okay, ja. Nice. Kevin? Wissen du, wo du mir damals den Gungi gegeben hast? Aber das war ich auch von uns. Genau so hier. Ja. Deinen Gungi hatte ich ja damals von mir genommen, ne? Ja, ne, der geht jetzt knapp 10 Euro. Okay, da hab ich mit ein kleiner Gungi. Gungi. Okay, das hab ich jetzt auch wieder 2er. Geil. Nice. Jetzt hab ich 8 Pechs. Ich glaub schon Brio, viele Zomster hast du noch? Ne. Wow. Und kein Valkyros. Dobbitz. Neckos. Goki und El Shadol. Okay. Wir hatten noch kein Valkyros und kein Pryonak. Ne. Wer braucht das schon? Ne. Ich glaub beschweren kann man sich da eher weniger. Ne. Bei denen ziehen. Krass, Steve. 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 Gibt ihr eigentlich noch was? 80 Cent. Okay. Das ist traurig. Guck mal. Warion. Ja, nein. Jetzt hab ich jetzt 2er. Echt? Ich dachte 5 jetzt. Seit ich in 3er ist. Ah ja. Oh, guck mal. Hab ich auch noch nicht gesehen. Die ist cool. Die hast du von draußen gezogen. Ne, auch nicht. Doch. Sie ist auch so ne geil. Hier zur Störung. Mal sehen, dass sie kann. Ewige Seele. Und Dark Magician Carter nochmal. Ja, das war ein Scheiß-Set. Aber Aufland ist geil. Okay. Wir haben dann noch 2 Booster. Ne, 2. Ja, das dritte machst du ja gerade. Ja. Noch 2 zu. Magisches Tor. Glänzender Zug. Irgendwann greif. Chaos Form. Golden Gadget. Komm, noch eine Impermanence. Eine, ja? Wer heißt? Ich glaub das ist der. Eine. Und 3 Evinis. Ja. Okay. Magge des Caras. Die Raubpflanze. Booster Drache. Schadol. Okay. Letzte Carra. Das war ein Minus-Pack. Ja. Ja, das ist vielleicht das letzte jetzt. Ne. Das war nicht so unfassbar. Halibar Drache. Du bist gut. Bist du uns erhält. Goki. Raubpflanze. Und wo noch Dekotier. Okay. So. Also das was geht. Das ist unser Pool aus 6 Boxen. Und der Rest Teil. Der wurde gerade sortiert. Aber das sind dritte Kinder. Ja. Wie gesagt. 3 Eveli. 1 Impermanence. 3 Reaper. 3 Gospel. 2 Raph Sphermode. 2 mal das neue Herald Link. 1 Donner Drache. 2 Ogre. 2 das nächste. 2 Kaliber. 1 Galaxy Soldat. 1 Karte des Untergangs. Und 2 Ash. Ja. Olle. Wie sieht's aus? Wäre jetzt richtig geil. Imbi ist richtig geil. Das waren eigentlich auch so die Karten nicht unbedingt. Haben wir im Impermanence natürlich auch. Ja. Nur einige gezogen. Nächste Woche geht noch einige. Das ist schön. Also ich würde sagen es geht. Bist zufrieden? Ja ich bin zufrieden. Alles klar. Na dann. Vielen Dank fürs Opening. Gerne. Und noch einen schönen Tag.